Wann Yoga nach der Schwangerschaft? Hast du vielleicht eine Geburt gerade hinter dir oder eine Freundin von dir? Ja, dann ist die Frage, wann kannst du Yoga nach der Schwangerschaft üben? Es hängt natürlich zum Ersten davon ab, wie die Geburt verlaufen ist. Es hängt davon ab, wie schnell Frau sich regeneriert. Im Grunde genommen kann man aber auch sagen, direkt nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, sind schon bestimmte Yoga-Aspekte möglich. In jedem Fall Tiefenentspannung, Meditation, bewusstes Atmen und so weiter. Also manche Yoga-Übungen sind auch schon direkt nach der Geburt möglich. Wann immer Zeit dafür ist, ist ja so viel auch sonst zu tun. Und im Grunde genommen ein bestimmter Aspekt von Yoga, Yoga heißt auch Einheit und Harmonie, ist ja auch einfach, sich am Kind zu freuen oder das Kind in den Arm zu nehmen oder Mann in den Arm zu nehmen oder alle beide in den Arm zu nehmen. Aber wenn du jetzt unter Yoga, Hatha-Yoga verstehst, bestimmte Yoga-Übungen gehen sofort und andere brauchen vielleicht etwas. Es gibt auch sogenanntes Rückbildungs-Yoga, das sogar besonders geeignet ist nach der Schwangerschaft. Im Allgemeinen hängt es dann auch von der Yoga-Art ab, wann du Yoga nach der Schwangerschaft wieder beginnen kannst und von der Yoga-Art. Frage also am besten deine Hebamme oder frage den Gynäkologen oder frage deinen Yoga-Lehrer, deine Yoga-Lehrerin, damit du siehst, welche Yoga-Übungen du wann schon wieder machen kannst.